Hallo! Selbstverteidigung mit einem Gegenstand, einem Impact-Kerambit. Schon mal gehört? Das ist ein Impact-Kerambit. Wenn Sie nicht wissen, wie man damit umgehen kann und was das in der Selbstverteidigung für Vorteile haben kann, dann habe ich einen Tipp für Sie. Mein Name ist Dato Dieter Knüttel, ich bin Großmeister des Modern Arnes, 10. Dan, Bundestrainer des Deutschen Arnesverbandes und Diplom-Sportlehrer. Ich habe im Februar einen Lehrgang in Fellbad gegeben, in dem ich unter anderem den Einsatz von einem Impact-Kerambit in der Selbstverteidigung demonstriert und unterrichtet habe. Dazu jetzt das Video, von dem Sie hier den Trailer sehen. Wir kriegen wieder einen Angriff. Tag, wir nehmen ihn rum. Und jetzt haben wir eine Verstärkung vom Streckhebel. Langsam. Ich komme von hier rein, lenke ihn hier ab und jetzt gehe ich hier drauf. Erinnert ihr euch noch an den Punkt? Den nehmen wir. Jetzt bin ich freundlich. Meet my knee. Ich stelle ihn meinem Knie vor. Alles gut, ne? Ja, ja, ja. Ist weich. Okay, eins. Beschäftigen. Und während ich... Die Hand geht zurück, das haben wir vorhin geklärt. Also muss ich hier verfolgen. Während ich hier verfolge, beschäftige ich ihn hier aber mit der anderen Seite, sodass ich ihn jetzt hier oben habe. Jetzt geht das Impact-Kerambit runter und ich lege da drauf. Ich kann ihn auch hier legen, aber das ist gut. Was haben wir hier? Ganz kleinen Treffer. Ganz kleinen Punkt. So. So, jetzt sag mir mal, ob du einen Unterschied spürst. Eins, zwei, okay. Na, hat das ihr Interesse geweckt? 40 Minuten lang, intensiv, alle möglichen Aspekte, wie man sich mit dem Impact-Kerambit in der Selbstverteidigung wehren kann. Das wäre doch was für Sie. Einfach auf www.aberniko.de gehen und dort das Video als Download bestellen. Die Bestellnummer ist D-IK. Viel Spaß damit und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.